hier vielleicht irgendwo eine Lampe es gibt ein spezielles werbzeug ja hier kein Wasser die Zeit ist auf meiner Seite heute verlasse ich Deponia die Uhr ist stehen geblieben die Uhr ist stehen geblieben aber auch das wird mich nicht aufhalten ja bringt nichts ich brauche das Passwort erst mal müssen wir hier warte kurz vielleicht Öltank das ist ein Öltank kein Ölhaar so schade das auch ist tja ich dachte wir könnten uns hier vielleicht ein bisschen Öl mitnehmen mit dem Öltank tja Öltank Ölklappe das ist ein Öltank so schade das ob sicher dass wir da nichts dran machen können so sicher bin ich mir da nämlich nicht Wischmopp wenn ich den Mopp jetzt ins Öl stecke dann kriege ich damit gar nichts mehr sauber tja ich merke mir das für später hm ich hebe mir den Rest lieber für später auf viel später tja Stimmt Zucker im Tank ist lustig aber dieser Fahrstuhl bringt mich vielleicht nach Elysium Tja also hm das war nicht das Passwort vielleicht ist das das Passwort Nein. Schade. Ja gut, wo kriegen wir hier auf der Brunnen jetzt? Wasser her. Aha. Hier gehört das schon mal nicht hin. Langsam fügt sich das Mosaik zusammen. Sehr langsam. Sehr, sehr langsam. Hm. Ja, also. Ja, jetzt nicht hin und her gehen. Das tue ich die ganze Zeit schon, aber das muss da drüben sein. Das muss da irgendwo drüben. Hm. Ja, also. Ja, komm. Irgendwo müssen wir doch hier. Irgendwo müssen wir uns hier doch ein bisschen was. Hm. Gabel. Okay. Hier komm ich nicht längs. Komm ich hier irgendwo längs. Aha. Okay. Tonne mit Wasser. Eher als ob. Ähm. Ähm. Okay. Alles klar. Jetzt haben wir eine Tonne mit grünem Wasser. Giftgrünem Wasser. So. So. Na komm. Jetzt bringen wir Hofwuchs mal dazu ein bisschen zu putzen. Das ist was sehr äusser gewöhnliches hier. So. 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 Jetzt müssen wir mal hier. Mh. 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 Macht. Ah, doch. Mh. Ich mich bekov. Mh. je, 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 ja. Je, 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 ja. So. ich will ihn überhaupt nicht benutzen so kombinieren sei für mit immer wasser so nachschauen werde ich dir selten begegnen schaumig kombinieren mit eimer mit seifenwasser und jetzt putz rufers putz mit seifenwasser so ich kann einfach nicht glauben dass ich das tue ich hoffe die geschichtsschreiber sparen die wisch Oh, das sieht schon viel besser aus. Gut, ne dann, Klappe, hält die Klappe Rufus. Ja, hier mal. Ui. Das Mosaik zeigt, wie das Hochboot Deponia verlässt. Genau wie ich bald. Und, hey, 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 hier hat jemand was drauf gekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhl. Das macht Sinn. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Na kacke. Mist. Ein Loch. Da fehlt ein Stück Scheibe. Hm, zum Glück haben wir hier ein Stück Mosaik. Zapperlott, der Stein hält nicht. Und nun? Und vielleicht, wenn wir das hier damit kombinieren. Mosaik. Mosaik schnell mit Kaugummi. No, mosaik schnell mit Kaugummi log. Mosaik schnell mit Kaugummi, mosaik sense. Hier hat jemand was drauf gegritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Mosaik neu. Im leftoverаци ugly. Mosaik sei. Hier sind ja noch mehr Teile. Aha, nach welchem Problem ... Das habe ich im Nu zusammengepuzzelt. Im Nu zusammengepuzzelt. Ja, toll. Im Nu zusammengepuzzelt. Das könnte ein Umstand hier oben hinpassen. Okay. Das passt doch hier, oder? Platz hier. Mann. Wie platziere ich das denn hier? Das passt doch eindeutig. Hm. Ich will ja. Ich kann nicht. Tja. Puzzles. Hab ich noch nie gemocht. Vielleicht hier so. Hm. Hm. Müsste ich mal vielleicht damit anfangen. Müsste ich wissen, wie man die platziert, die Sachen. Kann man die auch drehen, die hier? Theoretisch. Müsste man die drehen können. Ah, natürlich. Hm. Na toll, wenn wir jetzt die Sachen drehen können. Ah, das ist ja dann. Es wird ja noch spaßiger. So. Dann kommen das Gerät und... Oh, ne, natürlich. Ja, gut. Ähm. Ja, zum Henker. Zum Henker was. Grüner Stein. Natürlich passt der dort hinein. Der nächste blaue Stein. Ja, vielleicht passt der hier in die Spitze dort rein. Ja, löst sich von selbst. Alles klar. Ja. Mein roter Stein. Nee, passt nicht. Würde aber passen von der Größe her. So wird hier ein bisschen gepuzzelt. Ach, okay. Der passt. Na toll. Ähm. Ja, schön. Rote Steine, rote Steine. Ja, natürlich. Wir werden es auch mal ein bisschen probieren. Probieren geht lieber studieren. Da passt hier nirgends wo hin. Dann... Vielleicht mal ein Orangen. Der hier. Ja, Batterie lässt nun nach. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Ach, du Schande. Okay. Der letzte grüne Stein. Am besten direkt unter den anderen grünen Steinen. Warum nicht? Passt. Natürlich. Ähm. So. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. So, hier noch einen. Hier noch einen. Hm. Okay. Hier noch einen irgendwie. Der hat zwei. Muss noch irgendwie rein. ein bisschen. So, so. So, 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 so. Hm. Der rote. Vielleicht. Ja. Der gäbe nur noch hier irgendwie. Hä? Warum passt das denn nicht? Ich muss wahrscheinlich einfach nur festandrücken. Nein, bitte nicht. Jetzt auf. Okay. Immer noch nicht? Jetzt gleich aber. Ach komm schon. Geh rein! Geh rein! Rein da. Verdammtes Ding, du scheulst! Na toll. Mosaic-Steine. Die Schabe ist jetzt endgültig im Eimer, aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Ach, so schöne Scheiße. Allerdings auch nicht besser als vorher. Na toll, und was ist jetzt mit dem Kotwurz? Da haben wir jetzt nach wie vor nichts. Bringt nichts. Ich brauche das Passwort. Na so ein Mist. Das Passwort. Tja. Das Kotfeld für den Lift. Wir hatten so ein Ding auch mal an der Haustür. Bis ich das Passwort rausgefunden habe. Da weh es sich auch nicht mehr weiter. Da bin ich auch mit meinem Latein am Ende. Tja. Tja, die... Die Steine kriegen wir nicht mehr zusammengeklebt. Tja, Sicherungskasten. Auch wenn man das True Kasten hinterlässt 않았st. Das System rebooted. Hehe, das Kotwort für den Lift wurde zurückgesetzt. Ihr kommt das neue. Irgendwas cooles. R-U-F-U-S Na toll. Na dann mal. R-U-F-U-S Was soll das denn? Das Passwort ist Ofus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Oha. Oha. Sind wir am Ziel? So weit, so gut. Jetzt heißt es warten. Hm? Was ist das für ein Geräusch? Oh ne. Die Aufstehstation. Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Ja. Elysium. Ich war noch nie so nah dran. So nah am Ziel. Okay. Yeah. Cool. Ja. Vielen Dank.